Arz. Herr Fischer, Sie wurden am Mittwoch in Dortmund im Deutschen Fußballmuseum für den schönsten aller Ihrer Fallrückzieher geehrt. Für das Ihre Tor zum 4 zu 1 entstand im Länderspiel gegen die Schweiz am 16. November 1977, heute vor 40 Jahren. Klaus Fischer? Moment, das war meiner Meinung nach nicht mein schönster. Sondern. Noch besser war mein Fallrückzieher in einem Spiel 1978 gegen die damalige UDSSR. Von der Art war der Fallrückzieher ähnlich, ging aber anders als der gegen die Schweiz unter die Latte. Der hat aber leider nicht gezählt, weil der Schiedsrichter die Aktion wegen gefährlichen Spiels abgepfiffen hat, unberechtigt. Ich hatte keinen Gegenspieler berührt. Außerdem war das nur ein Testspiel, da hätte man das Tor schon geben können. Lacht, ihr Treffer gegen die Schweiz 1977 wurde in der ARD zum Tor des Monats, Tor des Jahres, Tor des Jahrzehnts, und schließlich zum Tor des Jahrhunderts gewählt. Der war perfekt gelungen. Die Flanke von Rüdiger Abramkzig, mit dem ich sieben Jahre gemeinsam bei Schalke gespielt habe, war optimal. Wir haben super harmoniert. Aber es gehört immer auch Glück dazu bei einem Fallrückzieher-Tor. ...